So, herzlich willkommen zurück bei Half-Life, dem super duper Spiel, das schon ein paar Tage älter ist. Ich muss mal eben, huch, meine Lautstärke hier regeln. Ich weiß, ich hab's leider auch erst so eine Stunde zu spät gemerkt. Ähm, war leider, wird wohl in den ersten paar Folgen ein bisschen laut gewesen sein, der Spielsound, aber hey. Ich werde es jetzt beheben. Ich hoffe, ich habe es schon behoben. Es ist immer noch hart laut für mich, wenn ich es auf volle Lautstärke habe auf den Kopfhörern. Aber ich benutze jetzt ein anderes Programm zum Aufnehmen und da kann man das schöner einstellen, dass der Systemsound ein bisschen leiser sein soll. Ähm, ich glaube, wir haben es zweimal gespeichert, ne? Macht aber nix. Haben wir denn schon? Ne, ich hab im Menü ein bisschen rumgegammelt. Ganze zwei Stunden haben wir nicht gespielt. Eine vielleicht. Tür geht nicht auf. Hier müssen wir rein. Hier sind wir stehen geblieben. Ich muss mal eben mitkommen, klang, klang. Ich teste mal nochmal eben die Sounds. Nicht, dass es wieder... What? Ich glaube, das ist ihm echt einfach zu laut. Okay, nun, ich gucke nochmal eben, wie es jetzt aussieht in der Sound verhältnismäßig und dann legen wir richtig los. So, one second please. So, ich glaube, wir haben es jetzt und können wirklich loslegen. Mittlerweile habe ich schon wieder Schmerzen, aber hey, bin interessiert. So, let's go. Ich will hier noch ein bisschen durchkommen, vielleicht schaffen wir ja wieder eine Stunde. Und ich bin echt erstaunt gewesen, wie schnell die Stunde gestern rum war. Das ist halt ein Klassiker. Bam. Kakerlaken wollen wir hier nicht. So, dürfen wir ins Wasser rein? Hier? Ah, nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist nämlich so ein bisschen... Ne? Oh. Guck mal, voll süß, das Ding auf der anderen Seite. Wo komme ich denn hier irgendwie... ...unbeschadet durch? Komm her, wir kommen! Arsch. So. Junger Mann, ich glaube, der hängt da noch ein bisschen ab. Wo muss ich denn eigentlich hin? Licht ausmachen oder was? Das hilft sogar. Wow. Wer hätte das gedacht? Kabam. Ja! Jesus! Da ist noch einer. Ich sollte die Lampe anmachen, ne? Warte, ich habe euch doch weggedrückt. Ihr Miesen, ihr. Ihr Miesen! Oh, nee. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wer sich noch daran erinnert. Ich meine, das ist ja nicht allzu lange her. Aber... Man lernt ja aus seinen Fehlern. Hoffe ich. Oh! Okay. Wo sind wir denn hier? Hallo? Moment. Oh. Jau! Spring drei Kilo. Oh, Entschuldigung. Ich denke immer, man kann zielen. Wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält und dann ballert der aber immer. Das, äh... Halt, stopp. Weil geh mal da weg! Ja, natürlich. Hm. Wir können da nochmal hoch. Anscheinend. Ich pfeffer hier sogar die Dinger auf dem Schreibtisch durch die Gegend. Hallo! Ach komm. Vergiss es. Süße Geräusche! Gehen wir erstmal hier. Gehen wir erstmal nicht hier durch. Ich würde mal... Aber hier ging es noch weiter, ne? War man natürlich auch noch nicht. Hi! Ja, mach mal die Tür auf! Hä? Hallo? Mach mal auf hier! Lass mich reden! Der dreht am Rad da drin, ne? Storage. Hat uns nix gebracht, aber vielleicht haben wir ihn ja erlöst. Doch hier, Muni! Muni! Ja, gut. Nicht so geil. Jetzt mal eine Lampe. Lädt sich, glaube ich, von alleine wieder auf. Ja, super. Oh. Ich glaube, ich habe gerade ein Käferblatt gedrückt damit. Ah, das ist ja hier. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass man sowas machen musste. Damals. In den guten alten Zeiten. Jetzt habe ich einen plattgelaufen. Ih, die sind so ekelhaft. Die knacken so, wenn man da drauf tritt. Schön logisch durchdacht. Wieso ziehe ich die denn gleichzeitig? Das ist doch das... Ach, komm. Powergirl. Sag mal, kann man die nicht kaputt haben? Oh, 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 oh. Tatsächlich. So geht es schneller. Uh! Stirb! Barney! Aber sollte ich nicht nochmal da hochgehen? Oh, geil. Eine Schrotze, glaube ich. Barney Poops. Hi! Nein! Nein, Barney Poops! Ah, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Da habe ich einmal... Ah, da habe ich einmal die Möglichkeit gehabt. Das kann es doch wohl nicht sein. Der hätte mir, glaube ich, die Tür aufgemacht, oder nicht? Oh, Kinders. Ja, wer soll denn solche Reflexe haben, bitteschön? Jetzt habe ich mir übel das Spiel verbaut. Mann, das ist doch ätzend. Das kann doch nicht sein. Was ist dahinter? Man weiß es nicht. Ich bin traurig. Verdammt. Das sollte doch gut losgehen heute. Aber ich habe es ja nicht so drauf. Okay. Hier musst du lang gehen. Guck mal, geht doch. Können wir den auch so ein bisschen? Ja. Ja, ich glaube, das wird... Flup, flup, flup. Ich habe ein Haar. So, jetzt nicht zu viel bewegen. Achso, hier ist schon. Ja, wustig. Strügge. Steht für Struggle. STRG, ne? Wisst ihr Bescheid? Ups. Vielleicht nicht das Klügste. Geht hier was kaputten? Okay. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Blablabla. Nicht mit mir, ihr kleinen Schmutzviecher. Hallo. Wann mal. Äh. Du... 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 Dich. Hallo. Ist das geil? Oder ist das geil? Ich habe ja schon, äh... Vor ein paar Minuten in der anderen Folge mal irgendwie die Mods erwähnt von damals. Und da war eine bei, da konnte man sich auch sowas Geiles, glaube ich, aufbauen. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall kenne ich das Geräusch noch. Nicht aus dem Einzelspieler, da bin ich mir sicher. Ich finde das einfach nur geil. Was würde ich jetzt dafür geben, das nochmal mit meinem Bruder zusammen im Koop hier zu zocken? Hat die sich jetzt eingefahren? Wenn ich da jetzt durchrenne, geht das? Oh! Jesus! Oh! Da hat gerade die Tastatur rumgespackt. Entschuldigung. Oh! 69! Okay. Tja, für die Guten können wir nichts mehr tun. Entschuldigung. Ich wollte mir noch einen Mute-Knopf zulegen. Oh no! Kann man da hinten hin? Ich bin immer so neugierig. Äh... Oh! Trip, wer auch immer da ist. Barney! Ein Barney, den ich retten kann. Oh! Ein Barney, der sich selbst rettet. Oh, wie süß ist der denn... Ha-ha! Oh, du bist ja ein Geiler! Warte mal! Bleib hinter mir bitte, sonst stirbst du wieder. Wie deiner anderen Zwillingsbrüder. One-Shot. Was? Achso? Ja, sicher. Das war's du. Gar keine Frage. Was? Was machst du da? Litter dich dann! Ui, ui. Ihr überfordert mich gerade hart. Ich muss auf beide aufpassen. Entschuldigung. Okay. Da können wir nicht durch. Hier. Ah, komm mal rum hier. Oh, Alter. Den können wir nicht retten. Der stirbt doch gleich wieder. Hallo? Stopp! 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 Dezent. Brutal eigentlich, ne? Wenn man das so sagen darf. Ist das geil. Das ist halt ein schöner, schöner Klassiker. Da kann man sagen, was man will. Das macht halt Spaß. Jetzt laufst du doch nicht mit rein, du Äumel. Ach, das war so schön mit dir, Barney. Pfiuh! Mach den weg! Barney, du geile Sau. Zusammen sind wir unschlagbar. Oh, nein. Da will ich keine Muni für fischen. Oi, oi sind diese großen, oder? Oh, Gott. Ich hab nicht viel Muni hierfür. Barneys Stimme ist ja schon so ein bisschen ein Highlight, oder? Oh, der hat sogar nur einen Schuss gebraucht. Wieso? Ah, da fühlt man sich gleich sicherer. So, lass mich durch. Schnuckelpups. Du kleiner Schlöffel, du. Moment. Hier sind wir durchgekommen. No, yes. Hier gab's noch... Die erinnern mich an irgendein anderes Spiel gerade. Ich weiß nicht genau welches. Doch, warte mal. Äh, irgendwas mit Darkness hieß das, glaube ich. Für die PSX war das damals. Ich komm gleich drauf. Wenn ich nicht mehr drüber nachdenke. Hm. Horde of the Hagnas? Kann das sein? Diese Schattenviecher. Wo ist Barney eigentlich? Die waren doch ähnlich. Komm mit. Okay, danke. Ganz vorsichtig. Hier ist noch ganz viel los, glaube ich. Wow. Geh weg. Holy shit. Au, was ist das? Hast du mich angeschossen? Ey, Barney hat mich angeschossen. What? Da war auch was. Wenn man die anschießt, dann werden die auch sauer. Und schießen zurück, glaube ich. Wollen wir jetzt nicht versuchen, weil es, glaube ich, der erste Barney ist, den wir gerettet haben. Ob der sich selbst gerettet hat? Wer weiß das schon? Ist ja auch wurscht. Ha. Ah, 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 ah. Okay. Das ist meiner. Oh, das brauche ich. Ich? Ne, der da, ne? Kannst du mal einen Satz zu Ende reden, ohne dich selbst zu unterbrechen? Ich meine, das ist mein Job. Spritz mir mal eben. Hallo. Ich glaube, weil das hier sicherer ist für dich, glaub mir. Ich glaube, das hängt... Oh, die unterhalten sich. Oh, diese eine Doktor ist, glaube ich, nur einer zum Heilen, oder? Der mit den wunderhübschen Herrchen an der Seite. Wartest du eben hier? Okay, ich starte hier und helfe mir noch immer vorbei. Beschütz mal eben den Dock. Vielleicht brauchen wir den noch. Eigentlich brauche ich Barney, ne? Ich komme hier alleine nicht, klar. Ah, da ist er ja! Moin! Nööööö. Okay. Ganz ruhig. Na, super. Oh, oh. Geh doch nicht weg. Ja. Guck mal, mach Licht an. Wieso? Nee. Ich hab die Tür nicht getroffen. Doch. Das ist die beste Entscheidung. Warte mal eben. Ich muss mal hier noch gucken. Ja, das hab ich mir gedacht. Ah! Okay. Ich muss ja sagen, ich hab mich jetzt hier in diesem Spiel schon mehr erschrocken als bei Outlast, ne? Also, ich bin ja voll. Entschuldigung. Aber jetzt bin ich aber voll. Es gibt Leute, die sterben, weil hier Monster drin sind. Aber es gibt Leute, die sterben, weil eine Lampe auf die gefallen ist. Es ist ja wunderhübsch. Entschuldigung. Tja. Das war's doch hier. Das hast du aber schön gesagt. Wo ging's denn lang? Ich hab mal Umweg gemacht gerade, glaub ich. Komm hier. Voll der Süße. Wisst ihr, was das richtig Gute... Wui, wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Diese KI, ne? Es gibt ja viele Leute, auch in neueren Spielen. Die folgen dir, aber die bleiben irgendwo stecken. Die laufen irgendwo gegen und die kriegst du dann nicht anders weg. Aber hier... Das war damals schon so gut gemacht, dass die nicht stecken bleiben, sondern die... Entschuldigung, ich war's. Ah, diese Sprüche hab ich so vermisst. Ah, meine Lampe ist nur an. Zack. Oh, warte mal eben. Stopp. Halt, stopp. Folgt sie mir jetzt? Nein, ich sollte denn da bleiben. Okay, wie mach ich die weg? Kann ich da eine Granate draufschmeißen? Wahrscheinlich nicht mehr. Alter, ich hab die fast alle in den Tod geritten, ey. Ach, komm schon. Oh, Mann. Ich hatte schon mal mehr Muni für die Pistole. Au. Oh. Verreckt doch. Lebt der noch? Entschuldigung. Ja, was soll ich denn... Das überleben die nicht, wenn ich die hier hochlocke. Irgendwie muss ich das... kaputt machen. Guck mal, ich hab dazugelernt. Habt ihr das gesehen? Geil, oder? Eui, eui. Eui, eui. Ich weiß ja nicht, wie wir das wegkriegen. Vielleicht lassen wir es einfach und lassen die Leute unten. Oder wir stellen irgendwie... ... den Strom ab. Ja, oh lala. Drei Schuss noch hierfür. Brauch ich mehr. Ich brauch mehr. Gimme, gimme, mo- Pane! Hi! Äh, arbeiten. Ich hab gehört, dass Soldaten und Kratten kommen. Ich möchte zu, werden wissen, ob sie das noch schlimmer hinweg werden. Hau mal die Tür zu. Die Tür zu geht nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich gerade hingehe, Barney. Tut mir leid, ich komm gleich wieder. Was ist denn da? Also, eigentlich sollte mich das Ding jetzt nicht umbringen können, oder? Möchte man meinen. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. Keine. Zur Hölle? Okay, das geht nicht. Ähm. Das sah mir nicht sehr geheuer aus gerade. Ja, komm. Ja, komm doch. Traut euch nicht, ne? Mensch. Die brauchen aber irgendwie schon lange, um zu sterben. Hä, wieso? Wo bin ich hier? Hier! Wo ich die Viecher umgenietet hab. Ich weiß nicht, was ich hier mache und warum ich hier lang gehe. Und ob ich hier lang muss. Gibt's hier mehrere so Wege, die man überhaupt ignorieren darf? Kann? soll? In diesem Spiel? Hä? Oh, pfuh. Warte mal. Oh, ja, okay. Falsche Richtung. So. Da war der Barney-Freund. Hi. Komm mal mit. Oh mein. Okay. So, supi. So. Supi. Schon geht's uns besser. Ich glaub, hier ist irgendwie ein dickes Ding. Oh. Diese Geräusche gefallen mir irgendwie gar nicht. Oh, den mach ich, den mach ich, den mach ich! Oh no. Bonnie, Bonnie! Schieß! Hilfe! Hallo? Gehst du da nicht mit rein? Auf dich! Guck mal hier! Ich hab eben noch gelobt, dass die nicht stecken bleiben, ne? Ja, komm mal! Komm mal, komm mal! Schieß! Machste, machste! Dein Aim ist besser als meins! Der darf ihn allerdings nicht erwischen. Aua! Mach mal! Mach die! Ein Bonnie ist so praktisch. Ja, ehrlich, ich bin echt hin und weg von dir. Hier, die hier hängen. Ist das ein Witz? Okay. Ich hab aber... Ja, mach ich. Noch einmal gucken hier. Da war noch ne Tür. Okay. Natürlich! Ich muss auch sagen, heute ist... ...die Maus ziemlich in Ordnung, ne? Gestern hat die so ein bisschen rumgespackt. Entschuldigung. Geht's jetzt? Ne. Da sind Granaten drin. Die könnte man gebrauchen. Hier ging's nicht weiter. Was ist denn hier? Oh! Diese Viecher... ...machen manchmal so ein bisschen Geräusche wie meine Katzen. ... Oh! Stirbst du? Okay. Die sterben ein bisschen langsam. Nein.